Michael Gregoritsch kam letzten Sommer vom Hamburger SV zum FC Augsburg und spielte gleich die Saison seines Lebens, schoss 13 Tore Foto, Witters mit Österreich verpasste Michael Gregoritsch, 24, die Weltmeisterschaft in Russland. Er ist trotzdem mit Begeisterung dabei. Schade, dass wir nicht dabei sind. Aber das wird ja vielleicht nochmal werden, sagt der Nationalspieler, der vorige Saison mit 13 Toren der beste Torjäger beim FK war, jetzt werde ich absolut zum Fan. Die WM ist schon was besonderes für mich. Augsburgs Alfred Finnbogason, Nummer 11, im isländischen Trikot beim Testspiel gegen Norwegen Foto, Harald Durgut-Jonsson AFP Doch Gregoritsch ist kein Anhänger von einem bestimmten Land, sondern Fan von seinen Augsburgern Mitspielern, an einem Spieltag werde ich mir ein Island-Trikot anziehen, dann werde ich auch noch sein Südkorea-Dress brauchen. Auch im Nationaltrikot von Südkorea geht Jud Cholku, er, keinem Zweikampf aus dem Weg. Hier ist er im Kopfball-Duell mit Bolivians Luis Haken Foto, Wladimir Semicek AFP Denz-Kastürmer Alfred Finnbogason, 29, ist mit den Isländern dabei und Jud Cholku, 29, mit den Asiaten, die dritter Gruppengegner der DFB-11 sind. Gregoritsch, ich verfolge natürlich meine Mitspieler, werde ihnen die Daumen drücken. Und wie erlebt der Österreicher die Spiele in Russland? Natürlich vorm TV. Ich werde ganz klassisch grillen und ein Schlückchen Wein dazu trinken, sagt er.